Hey alle zusammen, willkommen bei mir, Jay Gatby in Grounded. Und ja, mit dabei sind Marcel und Myriad. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo, hallo. Prima. Ja, wir wollen heute den Termitenkönig entsprechen uns nochmal schnappen, wegen der Rüstung, die wir daraus bauen können. Und davon brauchen wir letztendlich sogar zwei, aber das schaffen wir heute nicht, weil der braucht ja eine ganze Weile, bis er wieder nachgespawnt ist. Und wenn der jetzt nicht da ist, dann gibt es richtig Ärger. Ja, okay. So, zwischendurch beim letzten Mal hatten wir ja die Blitzer entsprechend gejagt, wegen der Spawnpunkte und so weiter. Die Sache ist halt die, nicht jeder Spawnpunkt wird angezeigt, so wie es eigentlich sein müsste. Wir haben zwar an einem gewartet, das hätte auch wunderbar funktioniert. Ah, die Asse holen wir uns noch. Denn wir brauchen wieder Ersatzteile. Hört sich ein bisschen blöd an. Kommt ihr? Ja. Okay, supi. Ja, drauf geht's. Ah, na, na, na. Wie, der heizt sich jetzt in noch drei Schlägen schon? Was denn? Na, 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 na. Kommt. So nicht. Ah. Moment, Moment. Da heile ich mich fix hoch. So nicht. So. Na. Nicht doch, ey, Digga. Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Hey, ich schick in der Geheber. Trau fahren, drauf fahren. Ah. Immer guck dir mich an, ey, das ist doch unfair. So. Hast du jetzt davon, Digga. Na. Nichts, du haust mich nicht. Aua, aua. Oh, shit. Ah, Marcel. Ah, Meryl ist gerade auf. Super. Naja, auf jeden Fall. Wir haben eine kleine Falle aufgebaut. Mal gucken, ob es funktioniert hat. Erlaubt man noch dran vorbei, bevor wir zum Terminkönig gehen. Au. Oh, komm, komm, komm. Ah, jetzt. Hier komm ich ran. Nein. So, und zwar die Markierung dort hinten. Ist eine wunderbare Stelle, wo wir dann entsprechend auch zum Spawnpunkt kommen. Schnell rüber hier. Und zwar ist das an dem Dünge-Sack. Kann man gleich viel besser sehen sogar. Mit wenig Material haben wir es geschafft, da unsere Treppen und so weiter hinzubauen. Und den Marienkäfer am besten außen vor lassen. Also, es gibt nur ganz normale Marienkäfer, brauchen nichts Neues. Denn der Typ ist echt heftig. Das kann kein Mensch gebrauchen. Ist einfach nur ein schwarzer Marienkäfer und der ist im Angriff sehr heftig. Und das braucht kein Mensch. Und außerdem ist er nicht so lieb und freundlich wie der andere. Also, so. Er hat sich nicht als Taxi. Nein. Funktioniert nicht dieses Mal. So, und wie ich sehe, ja, hat nicht funktioniert. Also bisher noch nicht. Er hat noch nicht gespawnt. Das Spawnpunkt ist normalerweise so ungefähr hier. Ja, und da wir unsere Fällen hier aufgebaut haben, theoretisch müsste hier ein Toter liegen, wenn er gespawnt wäre. Ist leider aber nicht der Fall. Ja, dann lasst uns doch mal zum Terminkönig rüber. Aber auch noch ein Terminproblem. Das gucke ich mir mal an. So. Ups. Was denn? So, nimm das Schocken. Oh. Die Arme. Also, wenn ich hinterher ein paar Pfeile wiederkriege, dann schieße ich auch drauf. Na. Na gut, ist einer. Okay. Habe ich halt zwei dazu. Okay. Wollen wir? Ja, hier liegt noch einer rum. Kann er wieder haben. Alles klar, ich nehme ihn. Ja. Was los? Na, ich habe mir gerade mal wieder eine Falle hier. Ach so, okay. Braucht noch jemanden Leiter? Oder sind das abgelegte von uns? Was ich kann nicht? Na, 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 ja. Ah, sehr schön. Ja, ich brauche sie. Ich kann sie gebrauchen. Den schmeiße ich mal schnell raus hier. Jawohl. Ach so. Ah, das hätte ich ablegen sollen. Na ja, egal. Ich habe Limits. Ah. Ah. Ich glaube, ich dachte, ich habe es getan. Ja, da bin ich wenigstens voll. Mal schnell was trinken. Ja. So. Gut. Wollen wir mal schauen. Ach so. Zur Position, wo wir uns befinden gerade. Wegen dem Sack. Also der Sack ist hier. Und hier ist unsere Markierung. Beziehungsweise da kommen wir rüber. Ganz hervorragend. Wir hatten es vorher andersrum probiert. Ist nicht so schön. Nicht so schön. Nein. Auf jeden Fall sind wir gleich da. Hoffe ich doch. Zumindest sollte es so sein. Und dementsprechend müssen wir natürlich mal wieder in den Termitenbau. Lästig. Lästig. Glück gehabt. Uff. Hui. Wo seid ihr beide? Hallo. Ich türiere. Sehr gut. Gehen wir hier hoch? Nö. Nö, nö. Nö, nö. Das ist zu viel klettern, würde ich sagen. Das machen wir gleich hier hinten. Obwohl, dann wären wir an den ersten Termiten eigentlich dran vorbeigekommen. Nö, wir müssen hier rein. Oder? Nö, wir müssen da ganz oben. Naja, klar. Da ist eine Luft darüber. Es wird sich an. Nö, auf dem Wald durch. ich überlege gerade hier gibt es noch eine stelle wo wir wahrscheinlich hochkommen nicht nur wahrscheinlich das probiere ich mal aus weil das müsste der ausgang sein wenn wir im termitenbau sind ja ich bin gleich da bin ich aber gespannt ob das klappt ja gar nicht schlecht gar nicht schlecht es muss nur noch der der flug darüber klappen befürchte das funktioniert nicht es hätte funktioniert glaube ich es hätte glaube ich funktioniert ja es funktioniert das funktioniert ja 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 ich stechen so kommt schon blöde termite ich habe mich runter geschubst die blöde kuh hier daneben nicht aber es funktioniert gut hier leute bis auf was ja gut dann hätte man sich aber die sparen können die hätte man sich ganz klar sparen können ich lauf mal durch die kann man immer gebrauchen moment ist das überhaupt der weg oh gott nein hey das ist ein anderer weg oder in der tat das ist ein anderer weg bin ich mir sicher ne doch nicht alles nah bin auch da wo seid ihr also ich renne jetzt sogar nach den ganz oben nach dem ausgang reden muss hier hoch neben moment ja klar natürlich ich sehe euch beide gar nicht nach da hinten steckt ihr hier auf dem stock das auf dem stock nicht ja wo seid ihr seid ihr im bau oder nicht warum seid ihr oben oben da sind oh gott geht es umständlich nach na ich bin längst drin und ich warte auf euch ja jungen kristleiderei moskitos die moskitos wollen wir aber gar nicht wir wollen den könig das wird alles gleich mitgenommen leute 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 man 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 so kommt er wird zur heilung alles haben das hätten wir auch hinterher machen können immer diese echt schwer gutes personal zu kriegen verdammt auch ja gut ok 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 ja ist ja gut los komm 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 und das ist eine Ausdauer ja und los hol das hieb gut komm 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 hopp hopp gut die nächste ja 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 verteidigen alles klar sehr schön ja wenn er das alleine macht sollte es so sein dass die angriffe nicht so heftig sind von denen und die auch wesentlich schneller sterben weil ich dass wir jetzt hier zu dritt sind ist das schon ziemlich doll so hat jemand was zu essen mit ja kann ich das hier hinlegen klappt das noch nicht so weg glitscht hier so ich setze mal den deckel auf dann sieht man ein bisschen was so einlassen bitteschön reicht dir das erstmal ja danke jo bitte wie viel hast du denn jetzt ungefähr hälfte über die hälfte über die hälfte warte dann gebe ich dir das hier auch noch er macht dich lieber voll genau so mal gucken wie lange das reicht vier stück habe ich dir erstmal gegeben du musst dich auch heilen ja schon nicht schlecht und nimm einen verband ja oh da ist noch einer wow Mist sau also mit der lampe ist das beim kämpfen gar nicht so gut ganz ehrlich sogar eher ein bisschen kontraproduktiv so gleich wieder ändern war doch nicht so meine rüstung ist komplett kaputt oh die frage wie wir vorher gesagt ja hast du noch eine rüstung zum wechseln wenn jemand hat seine stechschmückennagel verloren oh das bin ich okay das war garantiert ich ja klar natürlich ja jay inventar gucken echt kacke was oh nein 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 rüste ist doch aus verdammt nochmal na also gut der mieten brocken 17 stück habe ich jetzt hat jemand eine wechselrüstung der mir bis links gehen kann ich kann mir ein brustpanzer geben und einen helm zu meinen etwas wäre immerhin etwas nichts dabei nicht ja warte 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 oh nein du musst dich sofort hoch ein oh shit ich bin komplett hochgehalten und was kürt mich immer sofort ah verdammt ja eine klarte soweit angegriffen wird nein wieso ich werde hier genau ja danke sofort hoch ein und kommst du runter komm her komm her ja damit ich dir die sachen geben kann äh der brustpanzer ist nicht mehr so toll aber der helm ist komplett repariert für die na wieso komm ich ah das das mit dem menü das müsst ihr echt mal irgendwie hinkriegen hier ist doch ätzend hm ich hab's irgendeine jetzt so wieder oh na gut ja hier ist irgendwo was was denn ja ich wohne unter der erde so hier dein hm ah gut habe ich danke danke dir der nächste da ja komm deine rüstung ist sowieso nicht so toll gerade dann stürze ich immer gleich darauf los bitte und ich wurde gerade gehauen ja wenn du mir reinläuft und außerdem ist er auch nicht zugelaufen ist ja klar dass ich den dann abfange naja das ziel ist ein bisschen klein das heißt wenn wir zu dritt darauf prügeln dann kriegt einer wahrscheinlich dresche also kommt wir ne 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 zehn wir denn raus oder machen wir denn hier eine höhle jetzt weiß ich noch nicht weil ich finde es ein bisschen solle dunkel hier ein bisschen licht sehr schön jetzt brauche ich aber auch ein bisschen heilung gleich die vielleicht machen sollen vorher so der herr lud finger bitte mal die finger davon nehmen dann danke das ist ein schild weggeschmissen das mag sein wahrscheinlich was kaputt ist wenn ich meine kohle noch habe geht es ja ja leute tut mir leid dass hier so extrem dunkel ist aber wie ihr seht das ist leider nicht besser zu bewerkstelligen wenn die rumspucken das ist dieselbe plörer wie bei den bombardierkäfern das sehen wir nicht richtig und deswegen geht bei uns alles schnell kaputt naja klar definitiv wo ein weiterer boge ship liegt ja nicht den haben wir schon ja wenn ich nachspauen das wäre teuer auch nicht schlecht gucken wir mal damit ihr dann auch seht wo also der boge ship liegt ja normalerweise hier da wo ich stehe und den haben wir beim letzten mal schon rausgeholt ne beim vorletzten mal sogar ja genau beim vorletzten mal eventar noch schnell und die lassen wir alle hier die können wir nicht wirklich gebrauchen die termitenbrücken habe ich jetzt 25 moment nein 30 die de 1240 items das sind die die wir brauchen für die neue rüstung ja und termiten mandibel habe ich auch vier stück mein ding ist immer einmal mein schild ist auch immer einmal hat das jemand zu fällig aufgehoben okay ich komme da ist es ja nice zu mir ja dann würde ich sagen also von hier aus gesehen rückzug erst mal über oben lang brauchen wir eigentlich nicht nein 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 wir brauchen nicht oben lang gehen einfach mal raus hier und wenn er das nächste mal gespawnt ist dann holen wir uns wieder weitere teile so warte mal kurz warte mal stehblatt denke und wollen wir mal gucken rüstung wir wollen das nur brustpanzer war das noch schafft ihr zwei das oder muss ich aus dem menü schnell raus kommen klar bist du die größte höhe so also das hier wäre der brustpanzer dem wir dann entsprechend bauen können könnte ich sogar alles bauen aber nein geht nicht wir brauchen die werkbank dafür hier das symbol dafür und dementsprechend kann ich gerade nicht bauen werde ich aber in der base machen wenn wir zurückgekehrt sind also es lohnt sich den könig sich zu holen würde ich sagen definitiv also bis zum nächsten mal tschau 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 tschau